Mann und allem, wie ihr hören könnt, ist heute nicht der Bitbull dran, sondern der IBQ. Und zwar, ich muss euch folgendes sagen. Ich hab Scheiße gebaut, wie die meisten bereits wissen. Und zwar, ich hab dem Clan einen Freund, Anführungs-Schlusszeichen, für eine kurze Weile gegeben. Ähm, als Sicherheit gab der mir sein Passwort und sein E-Mail für Playstation, aber als ich dann ein Lead gegeben, äh, als ich den Lead gegeben habe, hat er mich einfach gelöscht. Dann hab ich natürlich sofort meinen Benutzer erstellt und hab versucht, mich einzuloggen mit seinem Account. Dann hab ich aber bemerkt, naja, die Daten stimmen nicht. Also, er hat mich verarscht und er hat dann alle rausgeworfen, Name geändert und so weiter. Und dann hat er halt mich blockiert und so. Dann hab ich halt einen neuen Account erstellt, hab mit dem Kontakt aufgenommen mit dem neuen Account. Ich hab's natürlich geschafft, hab mir Glück gehabt. Ähm, er hat mir den Clan wiedergegeben. Er hat sich bei mir entschuldigt, es tat ihm Leid. Mir tut's auch sehr Leid. Ähm, er weiß, er muss einfach machen, weil ihn Leute unter Druck gesetzt haben. Dann hat er's halt gemacht. Es tut ihm Leid und jetzt hab ich den Clan wieder. Ich hab natürlich alles wieder gemacht wie früher. Und ihr müsst einfach neu die Bewerbung schicken. Und sobald ihr gesendet habt, nehmen wir euch natürlich wie früher an. Und ihr seid wieder dabei. Und hier sobald ihrétait bei deinem